Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 16. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 955. Heute mit den folgenden Themen. For all mankind, VW, Zuckerberg, Huawei und ARM. Ich beginne gleich mit Apple und dessen Videostreaming-Dienst oder Filmstreaming-Dienst Apple TV+. Da hat schon seit ca. einem Jahr, in den Gerüchteküchen zumindest, das Thema rumgegeistert, dass Apple auch eigene Podcasts plant zu den Original-Filmprodukten, die sie da eben anbieten. Und jetzt ist es endlich soweit. Mit der zweiten Staffel zu For all mankind bringt Apple jetzt auch ein begleitender Podcast in die Podcatcher-App eures Vertrauens. Das Ganze ist nicht nur für Apple-Kunden zugänglich, sondern für jeden, der Podcasts hört und zielt natürlich darauf ab, dass man die Leute, die eben die Serie schauen, bedienen kann und ihnen zusätzliche Informationen und Audiomaterial dazu liefern kann. Finde ich eine tolle Geschichte. Und liebes Apple, ja, wenn ihr den Podcast auch gleich noch eindeutschen möchtet, ich wüsste da eine Firma, die das für euch anbieten könnte. Hallo, ich wäre da. Scherz am Rande. Nee, ernst gemeint. Aber ja, gehen wir zum nächsten Thema und da geht es wieder um Apple oder genau gesagt um VW. Und wie immer, wenn es heisst, dass was Neues kommt, wie damals schon mit dem Telefon, mit dem Tablet, mit dem, was hatten wir noch, der Apple Watch etc. Dann lachen sie alle. Auch gelacht hat aktuell in einem Interview mit, was war es nochmals, der Frankfurter Allgemeiner Zeitung, der VE-Chef Herbert Dies. Der meinte nämlich, ja, Apple hätte schon alles, was sie bräuchten, nämlich das Know-how im Bereich von Akkutechnologie, Software und Design und auch wahrscheinlich ein bisschen Geld auf der Seite. Aber er glaubt nicht daran, dass sie es schaffen werden, da ziemlich schnell, ziemlich gross zu werden. Und ja, mal schauen. Apple streitet es ja immer noch ab, dass da was kommt. Man hat zwar das eine oder andere mal durchblicken lassen, dass man da an gewissen Dingen testet und macht. Aber was es genau gibt, ob ein eigenes Auto, nur Software, also Betriebssystem oder was auch immer, das wissen wir nicht. Das wissen wir erst, wenn es soweit ist. Und bis dann würde ich doch mal sagen, ja, Füße stillhalten und uns dann überraschen lassen, wenn es dann wirklich soweit ist. Und man hat es ja beim iPhone gesehen. Sieben, acht Jahre waren sie schon am, ja, wie sagt man dem, erproben und testen an dem Ganzen. Man hat es beim iPad gesehen, da waren es sogar noch mehr Jahre. Man hat es bei der Apple Watch gesehen, auch da hatten sie viele Jahre Vorgang oder Vorlauf. Und seit wann sagt man Apple nach, das mit dem Auto? Ich glaube seit circa sieben Jahre. Mal schauen, was wir in den nächsten ein, zwei Jahren sehen werden. Weiter geht es mit Zuckerberg und der nimmt es wieder mal ziemlich auf sich bezogen. Die ganzen Aussagen, die der Apple-CEO Tim Cook hat fallen lassen gegenüber Netzwerken, die eben mit Daten handeln. Und ja, ich finde, er muss sich auch angesprochen fühlen, weil ja, es macht ja vor allem Facebook das ganz stark. In internen Meetings soll Mr. Zuckerberg gesagt haben, dass man Apple Schaden zu verfügen wolle. Unter anderem hat man ja auch schon mehrfach gehört, und ich glaube, wir hatten es auch schon in der Daily drin, dass Facebook an einer Klage in Richtung Apple dran ist, um dieses Tracking-Verbot anzufechten. Wir dürfen mal sehen, wie weit das kommt. Heute geht es viel um Hörensagen und ein Interview erzählt. Das Gleiche ist passiert im Bereich von Huawei. Da hat nämlich der CEO gemeint, dass das iPhone sein quasi in Anführungs-Schlusszeichen Lieblings-Smartphone sei, weil es das beste Smartphone ist, dass es den Kunden erlaubt, bei 5G auf bis zu 1,28 GB in den Sekunden beim Download zu kommen. Das Ganze vor allem logischerweise in Europa, in Städten wie Berlin, München, Madrid, Zürich, Genf und Amsterdam, Wien, Barcelona etc., wo man auf Huawei-Technologie setzt und da eben schnelles 5G-Netz hat. Und damit wollte er natürlich das Ganze ein bisschen anfeuern, dass auch die Staaten jetzt endlich mal in die Richtung was tun sollten und vielleicht zukünftig wieder auf 5G-Netze aus dem Hause Huawei setzen. Ich würde es Huawei nur wünschen, denn die Produkte, halt hier gerade zwei davon in den Händen, sind schon richtig schick. Da muss jetzt nur wieder das richtige, ja, halt leider Google drauf. Oder Huawei macht vorwärts mit dem eigenen Betriebssystem. Mal schauen, wie schnell das Ganze kommen wird. Dann gibt es, ja, wie soll ich sagen, Windinsegel für Nvidia. Die wollten ja, oder haben im letzten Jahr verkündet, für 40, was waren es, Milliarden Dollar ARM zu übernehmen. Und jetzt soll gerade die Mitbewerber, also Google, Microsoft und Qualcomm, in den Staaten quer stehen. Die sollen anscheinend Einsprache erhoben haben, mein Gott, Deutsch wieder mal, dass eben der Deal nicht zustande kommt, zumindest nicht in dieser Form. Man befürchtet, dass es da ein Ungleichgewicht gibt und zu schnelle oder nicht mehr ein gleichzeitiger Zugriff auf neue Technologien. Weil, ja, neben den drei genannten ist ja auch Apple, Intel, Samsung, Amazon, sowie auch Huawei, die ARM-Produkte lizenzieren. Und sie haben die Angst, dass da eben sie dann nicht mehr so einen guten Zugriff haben auf die Technologie. Das war es dann auch schon mit den Neuigkeiten. Meiner Stimme zuliebe bin ich auch gerade froh, dass es so ist. Ich schone jetzt die Stimme wieder, dass es, wenn es klappt, morgen wieder eine Daily-Folge für euch gibt. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.